Hallo, lieber Max. Das, was du als Urwald bezeichnest, nenne ich ganz entspannt Blinddarm, Narben. Aber weißt du was? Vielleicht habe ich ja einen Urwald. Vielleicht. Und ja, jetzt stellt sich mir nur diese eine einzige Frage und dann ist das Thema auch gegessen. Was juckt dich das? Du wirst den Urwald oder die Sahara niemals sehen? Küsschen.